Gewinnen Sie bei uns jede Woche einen Patzen für Ihren nächsten Einkauf. Immer am Donnerstag Abend gibt es bei Basilisk die Frage der Woche. Registrieren Sie sich auf basilisk.ch und stellen Sie sich unsere Wochenfrage. Können Sie diese richtig beantworten, schenken wir Ihnen einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Franken. Unsere Frage der Woche gibt es immer am Donnerstag zum Feuropen, kurz nach der halb sechs. Präsentiert von Logistikcluster Region Basel. Eine Initiative von der Handelskammer mit den beiden Kantonen und der Logistikbranche.